Okay, also, wir sind jetzt hier bei den Ölmühlen. Ich steig mir jetzt mal rein, zur ersten Schuhe. Und dann muss ich den mal laufen. Okay, ich sag mal einfach ab, was passiert. Sicherheitszeit, Vorspülen. Das steht näher ran, komm hin, das passiert viel. So, wir haben jetzt Kündigung mit Vorspülzeit. Da kommt die Ölbreigabe. Dann haben wir eine Planbildung. Nach der Planbildung schaltet die Sündelektrode, also die Stützung schaltet dann aus. Das ist jetzt erst die Stufe. So, zweite Stufe. Also. So, wie ihr jetzt aus dem Kante auf dem Kino, bekommt die Klampe einen 3. Der Kino, das ist für jede Stufe. So, bevor er erweilt die Kino ist, was ist das? Und der Vordergrund, da wandert man den Kante aus. Aber, das kommt ein Nürnberg. Und das kommt ein Nürnberg. Und das kommt noch ein Nürnberg. Und an der Kino. Und das kommt noch ein Nürnberg. Und das, was ist das? Wow!